so wie ich das extra hallo genau drauf ja ist das lustig einfach so gut einfach zu illegal ja wir sind ja der war echt sauschlecht geschossen aber die sind einfach zu blöd hier zu halten der beste spieler nein nein machst du Ich bin da nicht drauf. Aua! Ja, es ist ein 1 gegen 2 gegangen, Herr Voli. Die benutzen auch dieses 1 gegen 2. Was war das gerade? Da war so ein kurzer Moment, wo der Gegner und ich uns in die Augen geschaut. Ich hab keinen Boost, der mir gerade auf. Hab ich gesehen, ey, oah? Ja, kick ihn oder? Ja, schönes Ding! Ja, nice! Oh mein Gott. Ey! Oh mein Gott! Wie geflammt, wie geflammt, wie geflammt. Also jetzt nehme ich es persönlich. Rechts! Bei die Karte! Digga, wer? Ach, Mann! Fake, 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 fake! Ich bin rückwärts gefahren am Anfang. Kein Boost. Hey, nice! Hä? Was ist das? Hä? Was ist das? Geil, Digga! Der verkauft nur unser Spiel! Digga, ich möchte deine Mom nicht im Video haben! Mute dich! Genau das willst du drin haben, Digga! Genau das willst du drin haben, Digga! Also, Benne, deine Videos sind so random, Digga! Ja! Was es da immer geht! Ich hab mir gestern wieder Zeit genommen abends! Hab die mir angeguckt! Oh! Was schreist du denn? Du hast sie dir angeguckt, ja? Ja, ich hab halt... Kein... Äh... Ich hab halt... Nein! Er hat dich! Ja, komm, was denn? Mach ihn! Oh! Er macht ihn! Oh! Er macht ihn! Oh! Ich hätte dich fast gehittet! Ich pass ihn dir? Ja! Also, ich dachte jetzt... Du musst noch nichts... Ich dachte, du passt ihn mal anders hin! Ja, wohin denn? Ich pass jetzt in die Mitte? Oh! Ich muss jetzt mal auch sagen, wie viel grad deine Pass hat, ne? Damit da oben es genau aussieht! Wie viel grad deine Pass hat?! Der Typ hat grad 300 Wust gefressen, Digga! Zeig mir in die Küche da, dass alles... Mach ihn! Mach ihn! Mach meinen! Nice! Das ist also so close, wenn ich so ein bisschen weit rechts geschrieben... Virus schossen! Okay! Mach hoch! Oh! Oh! Ich hab kein Boost! Okay, gut! War auch besser! Was hat er? Der hat einfach Backflip! Das kenn ich nicht so gut, Digga! Oh mein Gott! Mach da einfach Backflip! Dann hältst du 88 von mir! Was soll das jetzt... Oh! Ich hab in die Wand hochgeritten! 88 steht für Hamburg! Ja! Sammelt hast du schon gesagt, wie... Ähm... ZUUUUU! In Spanish... Mäffig! Sammelt hast du FOR ABENISH schon gesagt, wie gut Bennes... Eh, Levanloske-Zeitung ist... Digga, was? Kannst du mal ein bisschen weniger... Ein bisschen mehr Satz in deinen Sprachfehler mit rein machen? Okay! Du hast ein bisschen Satz in Sprachfehler, Digga! Eine Levanloske-Zeitung von gestern! Tuo BANGALEU! Tuo BANGALEU! Das ist Rocket League Champion Mann, ich hab mir dann zu Artus 2018 gedacht Wart mal, ich mach einen so, dass er den so macht Dann mach ich den so, dann mach er einen so Ich mach ihn dann so, dann so, dann so Dann kommst du einfach aus der Ecke und ich mach ihn dann rein Na man, wir gehen beide drauf und nach Gacken Es geht aber von der Welt Es geht aber von der Welt Er nimmt wieder 500 Boost Ja du Echt? Ich bin komplett Ja okay Ich hab keinen Boost Seit 10 Jahren, ich bin dann 4 Boosts vorbeigefahren Die alle genommen wurden Ja gar nicht, ich hab auch keinen Boost mehr Der hat ja 50 Boosts Jaaaa Einer 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 Digga, der hat uns, glaub ich, grad gecursed. Ich störe irgendein Fluches auf uns, ich hab gar keinen Bock. Der Varus ist gleich wieder zufohlen. Ey, du machst mal den Konto. Was? Ja, ne? Was hast du jetzt geschiehen? So eine Diopole, ja. Ich curse dir auch. Das ist Französisch-Lautsprache. Danke. Das ist Gebärdensprache, weil der reingeht. Ich will nicht... Warum machst du den denn da? Sag doch was! Wibbel, wibbel! Wibbel, wibbel! Der ist jetzt bereit. Also jetzt ist es schnell. Mach ihn! Ich nehm ihn, ich nehm ihn! WOHIN! Boah, mein Mann. Weidet das Maul jetzt mal ohne Scheiß. Mario-mäßig. Ja, jetzt, 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 her! Ja, nice, zweitreht's. Irggin. Ja, 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 ja. Oh! Nein! Ich hab den fast gemisst. 2 gegen 12. Okay, geht keiner. Chill doch! Ja, ich seh's doch nicht. Ich steh falsch rum. Oh! Bitte nicht! Er wollte mich doch mal faken, der Buzzy. Der Buzzy. Pass! 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 Nein! 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 Ich wollte ihn jetzt nicht so hart nehmen. Pass auf, pass auf! Ja! Wieso? Wieso war das so schnell? Ui! War oder? Musst du jetzt? Hab ich? Ich hab jetzt nicht viel Booster, aber ich versuch mein Bestes. Oh! Ja! Mach ihn! Ja! Mach ihn! Oh, wie stylisch ich stehen geblieben bin. Geht mal Mode-Punkte. Ja. Mode. Keine Style-Punkte, sondern Mode-Punkte. Warum machen wir es jedes Mal, wenn wir sagen, Play till we lose, fake mal. Dass wir Legend noch 10 Spielen hintereinander spielen, das kann doch nicht sein. Flip! Das passiert eben. Wie kommt aus? Wie kommt aus? Wie kommt aus? Ich drehe mich falsch. Ich drehe mich falsch. Hab ihn. Hab ich nochmal? Okay. Alles geht rein. Obblicklich los! Ja, aber ich hab... Ich hab extra geguckt, wo du bist. Was hast du gesagt? Objektiv los! Ja, objektiv besser willst du sagen und dann los erstmal. Ich hab auch Angst. Ah, wahrscheinlich! Du guckst wo ich bin, dann fließt in meine Fresse, wenn ich geflogen wäre. Wahrscheinlich, okay. Ja, ich musste erstmal die Kamera raus machen. Nice. Gott los, aber nice. Was muss, das muss. Guck mal, wie panisch er weggefahren ist. Oh nein, wohin fahr ich nur? Nein! Achso, äh, ich fake. Achso. Ich fake mal. Ohne Boost ist so gemacht. Mich seh ich's nicht. Manchmal verwiss ich den... Ich vermiss ich den Voice Chat. Ich hab grad so dem ins Ohr geprollt. Oh, oh, pass auf. Macaroni! Mach du ihn, mach du ihn! Ja, der geht nicht, ich hab keinen... Er hat mich gekickt! Ich hab Vogel gemacht! Vogel! Pogo, nicht Vogel. Ist auch so Vogel. Ich hab' geboost! Ich hab' gebackflift, Digga! Dann machst du was Falsches jetzt. Wo mach' dich gar? Jetzt hab' ich grad so heißes Profilbild von dieser Gruppe. Hä, wieso so schnell? Du hast'n Pass-Play, Junge! Rein in die Orde! Okay, okay, okay. Ey! Ey! Digga! Wolf, die wollen nicht, dass wir Gibt's verlieren! Digga, ich bin seit 72 Minuten im Game. Wir haben nicht ein Spiel verloren. Digga, normalerweise, wenn ich Rocket League aufnehmen, verliere ich nur. Du bleibst da vorne! Du bleibst da vorne! Vorne! Digga! Digga! Tobago! Ich hab ihn! Tobago! Schösschen! Warum hat er ihn gehittet? Holy fuck! Ein Whites? Whites? Was ein Whites? Ja, der Trail war blau. Ich fack! Ich fack! Scheiße, Digga! Ich flieg einfach! Es war nach dem Motto Hauptsache getroffen! Er nimmt mir meinen Boost! Kein Boost! Immer noch kein Boost. Wir müssen machen, wenn dann. Ja! Ja! Also, heute... Keine Ahnung, ich werde schon eingeladen zu den Worlds, oder so... ...wie es weitergeht! Ich bin gerade dabei, meine Silberbelohnung zu holen... Ich pass! Schööööööööööö! Eeeey Two cars one cup heißt die, warte mal Nein Nein, nein, Digga Two cars one cup Digga, und der Tag! Maaannnnn Kaffee Maaann, ich muss echt noch duschen gehen Ey, nicht Play-Till will shower, sondern Play-Till will shower, sondern Play-Till will shower, Digga, sowas machen League und Rocket League spielen ja nicht Es ist an zu purzen, leichter bei Shower zu essen Was macht ihr da? Ich hab, wir sind immer an der Regel Oh, Junge hat mich voll gegen die Kante gelenkt Dann müsste ich Will jetzt losfahren Da müsste ich jetzt durch duschen gehen, da müsste ich... Ach, Scheiße Also mach mal doch Play-Till will shower, oder was? Digga, meine Aufnahme geht über eine Stunde Ich hab normalerweise, verliere ich jedes Game, wenn ich aufnehme Rocket League Und dann bin ich spätestens nach einer dreiviertel Stunde weg, weil ich keinen Bock mehr habe Und jetzt spiele ich eine Stunde lang und gewinne nur Oh, Scheiße Oh, Scheiße Oh, Scheiße Ich habe ja auch gerne Vielen Dank.